Herr Neuer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen über die Neuerungen für das Ilverke VKW-Magazin und TV-Magazin zu informieren. Unsere Energie, was hat es denn mit diesem neuen Namen so auf sich? Seit 2007 berichten wir in unserem Magazin über interessante Themen aus der Energiewelt, auch aus der Ilverke VKW. Natürlich haben wir da immer wieder Anpassungen gehabt, aber der Name ist immer gleich geblieben. Und mit dem Zusammenschluss der Ilverke und der VKW haben wir uns noch einmal intensiv mit dem Erscheinungsbild auseinandergesetzt, mit unserer Marke, mit unseren Werten. Und da kam es dann noch einmal zu Änderungen, auch neuen Angeboten im Magazin. Und das gipfelt jetzt in einem neuen Namen unsere Energie. Bei der Weiterentwicklung an sich von diesem ganzen Prozess und vor allem vom jetzt auch neuen Namen, neuen Konzept von dem Magazin, haben ja auch die Kundinnen und Kunden, glaube ich, eine ganz große Rolle gespielt, oder? Das war uns sehr wichtig. Wir wollten die Leserinnen und Leser einbinden. Wir haben das in zwei Stufen gemacht. Zuerst in Fokusgruppen, wo wir persönlich unsere Gespräche hatten, Feedback abgeholt haben und dann über repräsentative Umfragen, wo wir auch Gestaltungsvarianten abgefragt haben. Und ja, die Ergebnisse waren sehr erfreulich. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Auf was dürfen sich denn jetzt auch die Leserinnen und Leser freuen? Was gibt es denn so rundherum jetzt auch Neues oder Spannendes im Magazin unserer Energie? Wir bemühen uns einfach noch mehr Informationen zu bieten, mehr Nutzen zu bieten. Und das durch tiefergehende, weiterführende Informationen in Form von Interviews, Texten, Videos auf einer eigenen, neu geschaffenen Blog-Plattform. Und dort finden Sie aber nicht nur die Themen des Print-Magazins, sondern wir präsentieren interessante Gesprächspartner, wir bringen Innovationen und natürlich helfen wir auch dabei, klimaschonend und nachhaltig zu leben. Das sind unsere wesentlichen Themen. Also man geht auch etwas mit der Zeit, ganz spannende Neuerungen und vieles auch in dem Fall bewährt ist, das natürlich bei unserer Energie stattfindet. Herr Neueser, vielen Dank für die Informationen zu den Änderungen und Neuerungen vom Magazin. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.